Spambe. Spambe. Nach der Runde. Ouuuui. Da will sie mir extra nur einen halben Liter geben. Wer wird's denn? Oh! Huch! Huch, da hab ich mir gleich erst mal das Mikrofon abgerissen vor Schreck. Ich dachte deswegen hättest du schon gesagt. Oh! Na oh! Habe ich deswegen gesagt, ja. So. Schatz. Bitte? Ich. Ich und du. Müllerskuh. Was natürlich nicht geht. Nein, er schreibt zurück. Okay. Ja. Jetzt wahrscheinlich eher nicht. Ist er noch mit dabei? Ja. Mal sehen, ob er nachher mich auch noch so mag. Ah! Ich glaub nicht. So. Da 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 da. Mach das doch. Keine Map. Okay. Ah. Aber hier ist ja... Hey Leute! What? Oh Gott. Los schon, Bertha. Oh Gott. Wir sind alle hier bei euch zu Hause. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist schon ziemlich lahm im Rennen. Alles klar. Okay. Okay. Aha. Gut. 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 bientôt! Die Ballerin rechts, du weitergutzt mehr, die legst du. Nein! Nein! Oh, so mit den Nachbarn. Zwei sind schon tot. Das Problem ist halt, bei Dead by Dead hast du nicht so Probleme mit dem Ping, wenn man uploadet. Ja? Ja. Ich hab die ganze Zeit geuploadet. Gab's überhaupt kein Problem. Ist auch hier immer mal so ein Problem, oder? Naja. Übrigens, ich hab schon zwei. Ich weiß. Ich war direkt nebendran. Oh. Good to know. Good to know. So. Naja, wir wissen ja, dass die hier nicht die Allerbesten waren. Hm, das waren schon zwei, die mit dem Schwarzen gespielt haben und hatten schon andere Kleidung an. Ne, du hast den Emilio grad umgebracht. Ja, aber der hat einen, einer hat dieses komische, römische Etwas an. Okay. Und dass er jetzt Geld bezahlt. Er hat Geld bezahlt? Und? Er war auch echt nicht so schlecht, aber ich hab vor seine Hütte... Oh, Tommy ist da. Er hat sich gleich mal zur Belohnung. Immer wieder gerne. Echt? Ist das der, den ich gedötet hab? Ja! Oh Gott, ey, das Internet geht mir grad selber auf den Sack hier, wenn's so lahm ist. Du wirfst und dann ist er schon tausendmal weg. Aber sonst hat's manchmal auch einen kleinen Vorteil. Ja, das stimmt. Jetzt gerade er so nicht. Schnellst du die schon durch, ne? Zwei von acht immer noch. Schauen wir mal, was schon so gemacht wurde. Was? Ist dir klar, was passiert ist eigentlich? Einer ist entkommen? Mit dem Auto oder was? Einer ist entkommen mit dem fucking Boot. Tatsächlich? Hab ich gar nicht mitbekommen. Ich auch nicht. Wir wollen grad mal schauen, was so passiert. Ja. Ich hab aber irgendwas gehört. Ich dachte, es wäre das andere Auto, aber da hab ich nicht so genau nachgeguckt. So ein Scheiß. Nun gut. Dann muss ja halt was anderes passieren. Auf jeden Fall. Hallo? Du mein Neues. Sehr gut. Und der alte Bug. Welcher denn? Naja, du drückst schnell Messern und fliegst natürlich links neben dir. Alter. Und? Heizt du dich? Natürlich heizt du dich. Das kann man ja niemandem vorwerfen. Jetzt hau ich. Ach Gott, sind du dumm. R2 gedrückt halten, heiß schlag. Jetzt haben wir wieder guten Link. Vielleicht liegt's doch nicht am Upload. Sondern es liegt einfach manchmal... Weiß ich nicht. Das ist ja komisch, dass wir jetzt so einen Super-Ping haben. Hä? Hä, was machen die da eigentlich? Ach, ist das manchmal nervig, wenn man so ewig nicht wütend wird. Franz, wir spielen gerade mal ein paar Minuten. Du hast schon fast alle umgebracht. Das ist praktisch keiner mehr da. Hm. Okay. Ich bräuchte mehr ein Messer. Gott, das will. Ah, da ist das Messer schon mal weg. Sehr gut. Ein Messer hat es in den Böller hat sie weggemacht. Das heißt, sie hat wahrscheinlich eine Heizbrace. Maybe, baby. Natürlich. Und sie springt. Ja, das geht nicht. Okay. Sie springt nicht, aber Jason ist wieder in seiner... ...stagger-dummen Animation. In dieser Standard-Animation, wenn du hinterher fliegst, dann wird's eigentlich krampfen. Das geht nicht. Ich hab bei mir fast nie... Eigentlich ging's immer. Es ist irgendwie neu jetzt, dass es nicht geht. Ach so, hier war ich schon. Ah, und da haben wir sie doch. Aber endlich mal. Sie hat fair gekämpft. Sie hat gut gekämpft, sie hat fair gekämpft. Aber... ...irgendwann ist halt auch mal Schluss. Schluss. So, welchen hast du denn hier eigentlich? Ja. Ja. Kill for Mother. Wer rumpelt denn da so einsam? Das bin ich. Oh Gott, Jason. Mein Gott. Hol mal halt den Nächsten. Wie hat der das hingekriegt zu rumpeln? Na ja, in die Schwitzkasten. In die Schwitzkasten. Ich hab nur Deo. Achtmal zwei. Extra stinkig. So. War ich denn noch gar nicht? Wieso war ich denn noch gar nicht? Boah. Wie lange spielen wir schon? A good question. Keine Ahnung. Zehn Minuten. Also, die Hälfte der Zeit ist noch rum. Naja. Tschüss, du fucker. Nummer zwei. Oder eins, zwei, drei, vier. Zack. Next one, please. So, ich brauch dann noch zwei Kills, damit ich hier den ultimativen Superkill hinkriege. Also hier. Äh, das war nix. Wieso, wenn Tommy schon herrennt? ... ... ... ... Ach du Trottel. Ach du Trottel. Du hast ihm damit natürlich eine schöne Falle gestellt. Ja, mit deiner Falle ist er natürlich gestorben. Oh scheiße, ich habe ganz vergessen, dass da eine Falle ist, ganz ehrlich. Ich bin da auch nur dran vorbeigelaufen. Naja. Hör mal, tschüss. Ach, da lebt ja nur noch einer. Ach so. Ach so, echt? Scheiße, das ärgert mich gerade so dermaßen, dass ich das am Anfang nicht mitbekommen habe mit dem blöden Boot. Hast du es gar nicht gehört, oder was? Doch, ich habe was gehört, dass da was ist, aber ich habe nicht so drauf reagiert. Lass es, dein Rumgefliege. Ui, da stolperst du aber glücklich. Ach, fick dich doch. Alter, Spaß. Da bist du aber glücklich gestolpert. Ach nee. Hier war ich doch schon längst, hier war ich doch schon längst. Hallo. Hallo. Nein. Oh Gott. Nein. Hä? Hä? Warum hast du denn... Ich bin nicht schuld. Es ist eine Minute gegen ihr mit dir. Kill sie. Meine Güte, jetzt... Fuck. Es muss so sein. Es muss so sein. Warte mal, einen brauchen ich noch. Oh, das Fenster aus dem Fenster aus dem Fenster. Hä? 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 Ich wollte immer einen coolen Kill machen. Na, wo willst du hin? In die Hüte. Keine gute Wahl. Na gut, dann gehe ich nochmal woanders hin. Lass das doch. Haben wir aneinander vorbeigekrabschen geschlagen. Hier ist was. Sag mal hier. Oh, fuck. Da hast du nicht richtig geputzt. Schade, die eine mit dem Boot. Ich habe irgendeinen Motor angehen gehört. Ich habe irgendwas gehört und dachte, ehrlich, ach, die ist beim Auto. Oder die hat vielleicht, glaube ich, einmal beim... Aber du hörst doch, das ist doch ein anderes Geräusch. Die hat, glaube ich, einmal daneben geklickt beim Boot. Das ist mal so ein Tschisch. Klonk. Ja, sowas. Das ist mal Klonk. Das kann man nicht mit was anderem verwechseln. Doch, das Klonk gibt es aber woanders noch. Nein. Ne? Ne, das gibt es nur beim Boot. Naja, gut. Nur Radur. Würdevoll entkommen. Na.